Hey, ich bin Team von Support und heute zeigen wir euch das neue Nokia Lumia 800 mit seinem Nokia Music Store, der mit implementiert ist im Betriebssystem, wenn man sich das Nokia Lumia oder irgendeines von den Nokia Windows Phone Geräten kauft. Der Nokia Music Store ist, wie bereits gesagt, auf dem Handy schon installiert, kann aber über den Marketplace nachinstalliert werden, wenn ihr auf Marketplace klickt und auf Nokia Collection, da seht ihr nochmal alle Kleinigkeiten, die es dazu gibt. Hier seht ihr nochmal die Nokia Music Applikation. Gehen wir nochmal zurück auf die Hauptseite, wir haben das schon auf den Startscreen gepappt, das heißt, einfach mal raufklicken und schon startet der Nokia Music Store. Ihr habt hier die Möglichkeit, direkt zu streamen, was auch sehr interessant ist für Leute, die einfach mal Musik hören möchten. Ihr könnt Radiosender streamen, also ihr könnt dann nach eurer Lieblingsmusik gehen und hier eine auswählen, Richtung, geht sofort. Es gibt verschiedene Arten davon. Einfach raufklicken und schon kriegt ihr die Musik. Hier kommt noch mal eine Zufriedensanfrage. Dann haben wir okay. Können wir ein Feedback abgeben, das machen wir jetzt nicht. Und sofort geht's los. Und das ist bei den anderen Phones, also Windows Phones, nicht mit implementiert. Also dort ist der Zune Store drin, oder Zune Music ist da drin, aber da habt ihr nicht die Möglichkeit, einfach ohne irgendwas zu zahlen, sofort Musik zu streamen. Das geht beim Nokia Music super. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, sehen wir, was haben wir da noch. Ihr könnt Musik runterladen, das heißt, für Offline Musik. Ihr könnt die dann auch direkt anhören. Genau. Ihr habt den, also meine Musik, da seht ihr ganz klar, die Musik, die auf dem Rechner auf dem Handy installiert sind. Also der geht auch in die Zune-Datenbank und holt sich die Musik, die halt auf dem Rechner drauf sind. Dann zurück. Da habt ihr Mixed Radio, da waren wir gerade, wo ihr euch den Radiosender anhören könnt. So, das war der falsche Button. Einmal leiser machen. Super. Dann haben wir den Store. Also für alle, die gerne Musik online kaufen, das ist dann die Plattform dafür. Einmal raufklicken. Ihr könnt euch das nochmal kurz anhören. Kostet das mal hier 99 Cent. Jetzt mal reinhören. Wenn ihr es gut findet, könnt ihr es dann direkt hier unten kaufen. Oder, genau, kaufen. Nehmen wir ihn zurück. Ihr wisst dafür natürlich, was zu erwähnen ist, dass ihr für den Kauf von Musik einen Nokia-Account haben müsst. Den könnt ihr euch auf der Nokia-Seite machen. Oder einfach nochmal, falls ihr wirklich ein Nokia Lumia kauft, in die Verpackung reinschauen. Dort ist immer die Beschreibungsverleitung, da steht es nochmal genau drin, wie man sich einen Account macht. Gehen wir nochmal zurück. Dann haben wir hier nochmal, was auch interessant ist, Konzerte. Das heißt, fragt nochmal nach, ob ihr euren Standort sehen, anzeigen darf oder weiterleiten kann an Nokia. Wenn wir erlauben sagen, dann kriegen wir sofort Konzerte, die wahrscheinlich jetzt bald stattfinden und in unserer Umgebung sind. Wenn wir eine Salsa-Party mögen, einen Soda-Club, einfach raufklicken, steht sofort, 24. Mai, um 20 Uhr. Im Soda-Club, das heißt, man weiß sofort, was abgeht und wenn man direkt dorthin möchte, haben wir sogar hier gleich noch weitere Informationen. Und man kann es auf die Startseite pinnen oder an Freunde weiterleiten. Man sieht sofort, wie man dorthin kommt. Interessante Features. Gehen wir zurück. Da haben wir noch die Einstellungen, wo ihr nochmal ein Konto anmelden könnt. Das könnt ihr auch direkt über das Handy machen, euren Standort zeigen lassen könnt. Das habe ich gerade aktiviert gehabt. Die Nutzungsdaten, ganz klar. Mit Feedback, die haben auch ganz kurz aufgepoppt, kann man hier direkt an Nokia weiterleiten. Das heißt, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt mit dem Programm, könnt ihr das direkt über diesen Feedback machen. Klar, Hilfe und Support und Informationen zum Programm. Mal zurück. Ja, das war es erstmal zum Nokia Music. Nokia bietet noch mehr Programme an. Einfach mal in den Marketplace schauen. Da gibt es viele Programme, die Nokia für ihre Geräte anbietet. Insgesamt ist der Music Store eine Erweiterung für den Zune Store, der sowieso schon vorhanden ist bei allen Windows Phone Geräten. Ist aber eine tolle Erweiterung, wie gesagt, mit Online-Stream, Radio und die Möglichkeit direkt auch vom Nokia Store Musik zu kaufen. Das war es erstmal dazu. Schaut euch unsere anderen Videos an, zum Nokia Lumia zum Beispiel oder zu Windows Phone. Oder abonniert uns. Und ich sage erstmal Ciao. Ciao.